hallo und herzlich willkommen zurück bei der mundi beim neuen runde starcraft 2 gegen enterrainer zog gegen perl und kann ich nicht lesen bei besten bin ich da kommt eh wieder ein linken dingsbombs all in einste sicher ach quatsch immer das ist makro diesmal meinst du im makrospiel? das wird makro das wird richtig das riechste hast du im ruinen ja ja das wird ein huge spiel das wird 200 supply gegen 200 supply und tot alles wenn du das sagst dann sagst du das brauche ich nicht mehr scouten das willst du jetzt schon ok kann ich meinen worker wieder zurückziehen ja probier's sei mutig trau dich nein ich habe jetzt einfach eine kinestark äh äh eine kinestark was 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 na eine goldene armada aufbauen ein gas zwei gas ja kommt gleich in push wie sonst brauche ich keine exe setzen jetzt gleich noch im gate eindeutig dasselbe sonst na eine pause oh warum one sec ok ist das ein kuchen ne ne ja mit der maus ist so ne sache ob die jetzt schnell so schnell durchkriegt ne die werden jetzt hier quatschen ja hier hier mach mal bitte schnell äh äh linge linge nur linge oder ich schreibe und go das hat bestimmt jetzt schön intruiert den zerg bei mir hat er gescoutet aber der tarana ja komm linge auf jeden fall war ich jetzt schon cool bei mir war irgendwo der tarana ist bei dir jetzt ja er hat auch immer eine exe gezeigt oh ist noch nicht saturiert oder so guckt auch nicht nach meiner exe ist es ihm scheißegal ich habe schon mal die ersten sechs linge im bau ich habe kein gas das habe ich natürlich jetzt helden aber da brauche ich nicht doppelgast das wäre schwachsinnig und so wie bei mir sehr schön ich brauche gerade nur truppen are you äh ich brauche gerade nur truppen ich brauche gerade nur truppen vielleicht doch nicht so kommt es vielleicht doch nicht doppelgas hat er aber genommen hengst hengst hier vorne bauen jetzt linge sind vorne stehen linge nur für 6 8 9 oder so ein paar mehr jetzt müssten gleich losgehen können halt boomlinge bauen ist das einzige problem was ich hab nicht vergessen komm jetzt sind unterwegs mit cyclones ja kommt der busch die frage von wo sie kommen sind schon bei mir vorne was sind schon vorne bei mir andere ramp waren die gerade bekomme ich du schließt damit gleich scheiß die warte auf die zeit jetzt kommen sie wird auch jetzt kommen sie zu und go auf den zerk ich muss den jack schnell noch andere bäsen checken du wirst dich warten ja ja ich komme hat jetzt woches geswitcht so nicht schlimm ja warte ich hab gleich ein wochen na los und jetzt weiter immer mehr dass wir da denn wir brauchen den zweiten immer so wort wir sind die durch die reicht nicht irgendwo rein troppen wieder zurück aber die mussten jetzt truppen bauen sie werden jetzt nur über nicht viel die beim weiterpushen der zack hat aber schon eine dritte base was ja ja naja dann truppen bauen das zweite robo wir brauchen mehr mineralien nicht genügend mineralien du hast nicht genug nicht genügend energie wir brauchen mehr mineralien unsere verbündeten werden angesprochen was sind denn links drin du hast zu wenig minz check mal deine work du brauchst die schade und die antirrana wird jetzt auch echsen mit dem beklopter ha ich habe da eine posi wo ich nicht sehe richtig gut jetzt sehe ich ihn Nicht erwischt, ne? Nee, ich glaube nicht. Kommen sie jetzt, oder? Komm mal schnell, bitte, ja. Der fliegt hier gerade vorbei. Ja, hier irgendwo lang. Ich sehe ihn nicht mehr. Gehen. Ist weg. Sehr gut. Wahrscheinlich noch komplett zu kommen. Nee, jetzt hauen sie wieder ab. Hydrust und jedem Winger. Will ich Gold nehmen? Hm. Nächste, ich brauche Nächste. Du brauchst mehr Mineralien. Forschung abgeschlossen. War hier ein besseres Echo als wir. Oder als ich besser gesagt. Check mal deine Worker-Saturation. Wir brauchen mehr Mineralien. Wir brauchen mehr Mineralien. Wir brauchen mehr Mineralien. Gingas. 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 Da kommen sie jetzt. Zu mir. Gehen. Gehen. Ich brauche ja eine Hilfe jetzt. Ja. Und wo soll ich kommen? Ich bin hier, oh mein lord. Von unten. Na, bleibst du nicht raus. Ich bin jetzt raus. Ich hab schon immer weniger gewasstet. Hast du schon reich? Ja. Dann sind wir in der Exe weg. Da wird auf die Hight was, wird auf die zwei Hight was. Ich hab zu wenig Geld. Da gehts. Ah, das spielen die locker runter, jetzt kommen sie von vorne. Unserer Verbündeten wird angegriffen. Sie ist aber noch nicht. Die waren schon da, sind wir weg. Ich spiele mit uns, die hätten eigentlich drüber rutschen können. Kennen sie nicht. Haben fast alles verloren. Da gehört noch gut. Oh, jetzt haben sie genug. Ja, der zeigt schon einiges weiter als wir. Ja. Ja, gedroppt. Ach man. Kriegst du das? Komm runter. Komm runter. Mineralien fällt. Unsere Verbündeten befinden sich im Kampf. Das erforscht mein Pups auch immer. Jetzt hab ich Storm. Scheiße. Der hat der Rana mit seinem fucking Krop, ey. Ich hab viel mehr als wir. X habe ich halt nicht. Das ist glaube ich O-Bär. Ja, guck mal, ob der Zerg schon mal hat. Jetzt geht er bluten. Die haben einfach nur geaxed. Ah ja, GG. Gucken wir noch, ob er die Gold hat. Bestimmt schon. Oder hat er auch schon. Naja, der hat zu viel Echo gehabt, der Zerg. Ey, guck dir das mal an. Ja. Ja. Was waren die von der Liga? Wissen wir noch nicht. Müsst ihr jetzt gleich sehen. Gia, Meister. Zerg war. Gia. Nur Gia. Na gut. Mal mehr geaxed. Sehen wir uns in der Endcard. Genau, bis dann. Ciao, ciao. Tschö, tschö. Tschö, tschö. Und das sind wir auch schon in der Endcard. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr uns immer gerne einen Daumen nach oben geben. Wer nichts verpassen will von euch, kann uns auch gerne abonnieren. Dann wie immer oben rechts unser Startoff-Projekt und unten rechts eins zu anderen Projekten. Bis dahin, schaltet euch morgen wieder ein. Und tschau, eure gute Mande. END